Gegenüber von Los Mentes ist dort die Ecke. Gegenüber von der Killerbude. Genau, von der Killerbude. Warte, dass wir es von oben an machen. Da müssen wir am Schienexit. Da müssen wir erstmal runterlaufen. Die hat das Ding hier oben. Den Schalter fände ich, aber ich wusste jetzt nicht, dass das eine Voraussetzung ist, um ins Kiefer zu kommen. Ah ja, elektronische Tür. Hier sind Chipico in Milzen. Nein, kannst du behalten. Das ist eine Frechheit, den Unmist uns hier noch anzubieten. Ja, warum es das überhaupt noch gibt, frage mich. Ich sammle den Scheiß-Tack. Vor allem konnte ich den Ast in meine Scaff-Box tun. Das geht. Nein, das geht halt nicht mehr. Du kannst so stapeln aber. Nein, nicht mehr an die Scaff-Box. Ach nein, das geht nicht mehr. Da gibt es welche Faune-Räte, die kannst du stapeln. Nicht Faune-Räte, kannst du nicht stapeln. Nein, doch, kannst alle Breite stapeln. Bloß nicht übereinander. Aber du kannst nur noch ins Documents-Case reinpacken, die Scheiße. Naja, den müsst ihr hier weggeschmissen. Ich hebe den müssen doch nicht auf. Okay, dann gehen wir doch weiter. Wo steht man denn? Da habt ihr euch Pisten. Dann steht bestimmt bei ihr. Nein, ich brauche nicht mehr. Wirklich her. Super. Naja, die Spur hier ist weg. Das ist ja gut. ballern dann siehst du keine leichen der form wo ich die pms erschossen haben die leichen von dem skews gesehen die die erschossen hatten okay aber so klappt das ja aber nicht immer leicht weil ich gerade dabei war weißt du oder kieler ist irgendwie richter voll assi der hat mich heute ja aber ich bin fünfmal nur an tag wieder verreckt ja ist ja auch ja als auch Tropfen, aber er ist nicht schuld. Was? Was ist los? Alter, was pfeift denn hier? Ja. Hinter uns. Was ist los? Banate? Der da hinten. Ich schmeiß die Granate hier in die Bude rein. Hau mal eine hinterher. Was machst du denn? Ich schmeiß die in die andere Richtung. Da flendet der da hinten rum. Ist der nun mal tot? Ich habe bloß keine Mütze kurz gesehen. Aber ich glaube, er hat ungefallen. Ich hoffe. Arsch noch alter. Ach so cool. Bonner. Er lebt da immer noch. Ja. Knall ich den Schwein ab. Ich sehe ihn nicht mal. Ja, rennt auch in die Pampa. Ja. Ich habe ihn noch nicht mal gesehen. Nein. Okay. Alter. Ich bin doch. Nicht ganz dicht, aber. Die Sorte. Der ist doch nur am klippen. Mh mh mh. Mh mh. Tja, der ist doch. Mh 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 mh. Mh. Mann, Mann, Mann. Oh. Der Killer, oder? Äh, Killer meine ich. Wohl doch. Ich glaube. Hinter dem Lkw. Das war er, ich glaube. Ich glaube, ich habe seinen Helm gesehen. Ja, das ist er. Echt? Ja, ja. Hinter dem grünen Lkw. Scheiße. Aber hier. Da waren doch. Die Masse. Ja, das ist er. Eine Granate hin. Haben wir eine Granate hinter dem grünen Lkw. Am besten noch eine. Für Sicherheit. Das ist erstmal Ruhe. Nee. Wer noch liegt. Ich bin in dem Zelt. An den Standsäcken. Mhm. Hinter dem Lkw sind Standsäcke. Da hockt man irgendwas. Hey, du kommst ab, mach schon. Hey, du kommst ab, mach schon. Warte, ich komm hier raus. Nicht erschließen. Mhm. Den habe ich auch. Okay. Bange oder so. Ja. Oh, die sind auch eine Tor. Das ist ja nicht so, dass ich mal klippen muss hier. Ich glaube das. Äh, das können die Kinder gewissen sein. Das sah zumindest von Weiden aus wie seinen Helm. Hm. Komm mal schön. Dann bleibt noch. Alter. Wurken. Alter, willst du mich verarschen? Komm bitte. Alter. Wurken. Alter, willst du mich verarschen? Komm bitte hier. Da geh noch weg. Das ist Killer hier, ne. Ne. Irgendwo, ne, hier hinten. Wenn es hier eine AS war. Ne, hier ist auch noch viel. Das hier ist auch noch viel. Ne, es war nicht Killer. Tatsache. Hm. Das ist noch ein, wenn du willst. Peat ihn oder so. Eine Peat. Ich bin der wird reizen. Da war noch ein CPUC. Das war noch ein Kaffee. Wie? Hm. Hm. Ah. Klipper. Klipper klippt. Klippt. Klipper. Das ist noch mehr. Das ist noch nicht das. Ich muss mal klippen. Hm. Das mach ich noch hin. Ach ja, in die Knie rein. Die Knie rein. Die sind noch mal Granaten da. Jutsch. Hm. Oh! Das wäre ja... Hä? Zum Moritz 1 wird's bereit. Hämmeh! das kommt schon wieder wie die scheiß aus fliegen ja nein kommen wir haben uns für viele genau kommst du gelaufen nee wo bist du jetzt genau hier vorne wenn du vorläufst und diesen in diesem leitzladen bin ich hier hier kommt auf alle fälle ich muss erstmal hier in die ecke rein die sind nicht ganz fit also ich halte doch dein maul wurden 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 alles auf kann ich das mal knippen hier in der panzerbude bin ich jetzt mal hier was in diesem treibes bruder ich muss ja nun mal hier irgendwie irgendwo hin wo ich mal kippen kann meine kasse in soli aufschalter muss doch mal schluss sind wo kommen sie denn her die wachsen doch nicht einfach ja ja So. Ja, ich hab hier in der Buse drin hier, schau mal ja. Boah, ist das noch einer? Komm mal raus hier. Also. Was finde ich denn hier? Geht doch irgendwo raus hier. Komm jetzt hin rum zur Panzerbude. Hoffe ich. Ah, ich weiß wo du bist. Ich hab das Pipa gefunden. Jaja, ich weiß wo du bist. Ich hör's ja. Ich komme. Alter. Wollte wieder einer mit rein hier. Was? Ja. Mach doch zu. Alter, wie das klingt. Hier hängen übelste Waffen unten hier. Alter. Guck dir die Details an, Alter. Hier kannst du einen aussuchen. Ich weiß gar nicht. Das MG, Alter. Wenn das mit sitzt. Die Arscher, da sind sie. Draußen, warten sie. Können nicht rein? Die Panzerplatten liegen hier rum, Alter. Alles, ja. Ich will hier vorne noch mal alles voll Waffen. Na, auch alles. Echt? Ich weiß gar nicht, was ich nehmen soll. Guck dir das da ran. Das Ding. Ich bin überfordert gerade. Hier eine Vektor. Eine Vektor. Eine M4A1. Ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Ich nehme. Was nehme ich nicht? MC3. Eine MCX, Alter. Oh, die Vektor nehme ich nicht. Komm, nehme die MCX hier. Die AUG nehme ich auch noch mit. Die AUG war kacke. Alter. Wirst du dich überraschen? Was gibt es denn? In der MK16. MK47. Die Wande drüben hängt der AUF, Alter. Hier brauchst du einen Riesenrucksack. Das reicht gar nicht. Ja. Oh, ich kann mich doch nicht umsortieren. Ist doch dumm hier, oder? Hm. Was passt. Ach nee, was willst du denn hier alles eintacken? Ja. Was ist der Wahnsinn? Die MCX. Oh. Die MK16 nehme ich nicht. Ja. Ja. Hab ich noch ein Plätzchen hier. Die MCX ist aber auch nicht saugübel aus. Wegwerfen. Wegwerfen. Späne. Wegwerfen. Wenn man hier eine RPD, Alter. Monster. Was ist das hier? SR2M? Nee. Auch SR2M. AK12. Teiler, dass ich das im Rucksack nicht mehr umsortieren kann. Geht noch nicht. VSK-94. Das ist nur so eine Kacke. Würde ja noch eine L4 nehmen. Da gab es ja genug. Nimm mit. Hier ist ja alles da. Du kannst fahren schleppen. Man hätte sich im Mule einstecken sollen. Ja. Ich muss erst mal meine Arme flicken. Ich habe eine Vector der MK47 und die MCX. Ja. Neptun. Sperr, Junge. Geil. Das ist doch übel, ey. Oh, Junge. Das merke ich nicht, ja? Oh, wie. Das macht ja alles. Wir müssen raus. Ja, ja. Da liegen ja auch kleinen Teile rum, die übelst verkehrt sind. Aha. Ich will gar nicht wissen, wie viele ich schon wieder bin. in der Riegemann. SVT ist alles. Mit 40 Diesel, irgendwann geht's. Das ist 41? Ja. Ich habe ja keinen riesen Rucksack jetzt. Nur das nötigste. 61 wiege ich. Ja, das ist ein Wartefäller. SP-Munition. Wenn du noch M855 Kaliber, also Kaliber. Ja, das habe ich. Hast du? Das habe ich gerade, ja. Okay. Wo liegt hier was? Äh, ich dachte, du hast was. Für mich. Achso, nee, die brauchen. Das habe ich ja für meine Waffe hier. Achso. Ich habe das der AK 102, ja. Das ist ja. Wenn man hier M855 Kaliber finden wird, das ist ja geil. Ja. Ey, da oben hängt auch noch ein SVT. Ich habe schon einen hier oben geschmissen. Du stehst gerade drauf. Ja, hier. Ey, das ist okay. Das ist Wahnsinn. Mhm. Die Waffen hier. Guck mal. Da oben hängt noch ein. Da hängt alles voll. Alter. Es übel ist das Waffen weg. Was ist denn das hier? Hier kannst du richtig. Ich weiß gerade, es muss hier vorne laufen. Das ist Gers. Eine AK2. Du kannst es aber nicht erschießen hier durch. Alter, hier. Also SVK, äh, VSK 94 hängen hier rum. Ja. Ganz viele. Das ist übel. Das ist richtig geil hier. Das ist richtig geil hier. Da drüben steht einer. Ich kann nicht aufhießen. Geht nicht. Die Tür aufmachen und da gegenüber steht einer. Ja. Die warten, dass wir rauskommen. Ne, öffne. Okay. Achso. Mach einfach auf. Da steht ja hier drüben. Den kriegen wir doch. Hallo? Ich hab's später. Hä? Ja, jetzt. Geht! Wasser! Bliya! Ich nutz nach, oder? Das ist ja nicht. So, jetzt können wir rauskrammeln. Wo müssen wir noch hin? Äh. Hammer kommen. Hammer kommen. Hammer kommen. Boah. Da sitzt der Nächste. Ja, die haben es schön gehabt. Hier, wir klacken. Was wollte denn? Ja, wir klacken. Hammer kommen. Und jetzt müssen wir uns verpissen. Das Dumme ist nur, ich bin total überladen. Ja. Das war ja wohl, dass Kittel noch nicht da war. Mal runter hier. ja da kannst du ja fast leer reingehen eigentlich das wahnsinn was machst du denn im im weg ja wie so ein scharber ist ja wie so ein scharber ich will nicht blöd rumstehen Zwei Bärs, naja.